So, lang hat es gebraucht, aber wir haben einen neuen Blacky Talk. Seit dem letzten Blacky Talk ist ein bisschen Zeit vergangen. Für die Leute, die es nicht wissen, Blacky Talk ist mein Format, wo ich mir ein Thema rauspicke und darüber rede, einfach so frei raus in die Kamera hinein und mit euch eben ein bisschen über ein Thema philosophiere. Manche könnten sagen, es ist mein eigener kleiner Podcast. Ich persönlich nenne es Blacky Talk. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, ich habe eine Playlist auf YouTube, wo ihr euch die ganzen alten Blacky Talks anhören könnt bzw. anschauen könnt. Und wenn ihr was hört, Spotify und so weiter, dort könnt ihr tatsächlich die Blacky Talks, auch die alten, nachhören und kommen jetzt auch über die Zeit hinweg. Ältere Blacky Talks dazwischen, dementsprechend seid nicht verwirrt, wenn gerade auf Spotify ältere Blacky Talks dazukommen, während neue auch dazukommen und so weiter und so fort. Wie man sieht, ich bin aktuell noch auf der Arbeit. Ich habe mir jetzt Feierabend und dementsprechend dachte ich, perfekte Zeit, um mich hinzusetzen und mit euch über lustige Dinge zu reden. Lustige Dinge heißt für mich Magic the Gathering. Und zwar so ein bisschen die Idee, was Wizard of the Coast meiner Meinung nach aktuell irgendwie ein bisschen, bisschen schief drauf hat. Und wie immer, das ist meine freie Meinung. Wenn ihr eine andere habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Seid lieb zueinander, seid nett zueinander. Das hier ist auf keinen Fall Hate, Bashing oder sonst irgendwas in irgendeine Richtung. Dafür gibt es andere YouTube-Channel. Das ist einfach nur das, wie ich mich hinsetzen würde und auch bei uns im Local Game Store oder ähnliches über dieses Thema reden würde. Oder euch das erzählen würde, wenn ihr mich einfach so fragt, mitten auf der Straße oder so. Mein Problem mit Magic aktuell ist der Fakt, dass Magic ganz, ganz wenig für neue Spieler macht. Mein Ja, Marketing-Kampagnen, neue Spieler, bla, habe ich alles mitgekriegt, sind nicht gut. Denn das Problem ist, dass Wizard of the Coast aktuell gar nicht so richtig weiß, welche Spieler sie ansprechen möchte, wen sie ansprechen möchte, wie sie wen ansprechen möchte. Wir haben mit Wizard of the Coast aktuell eine Firma, die irgendwie neue Produkte reinhaut, wie zum Beispiel diese Farbbooster, die für Einsteiger waren. Jumpstart, ganz populär, die einfach mittendrin diese Minigames hatte und nicht wusste, wohin damit. Die jetzt ein Cloedo-Spiel rausbringen. Und das Ganze erinnert mich an eine Zeit, die ich schon kenne. Denn ich persönlich spiele Magic schon über die Hälfte meines Lebens. Und ich bin alt, glaubt mir, ich bin alt. Am Sonntag werde ich noch älter, deswegen glaubt mir, ich bin alt. Magic the Gathering hat diese Phase so 2009, 2012 irgendwie dazwischen gehabt. Dort, wo zum Beispiel sowas wie Planechase rauskam, Arch Enemy oder eben auch Commander. Ich sage es immer wieder, Commander war ein Format wie Planechase, wie Arch Enemy, wie irgendein anderes Format. Es gab ja noch Vanguard ganz am Anfang und so weiter und so fort. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Game-Modes funktioniert haben, auch hier habe ich ein kleines, aber feines, habe ich eine kleine, aber auch feine Playlist für euch, wo ich euch diese Game-Modes ein bisschen erkläre. Wenn ihr da Interesse dran habt oder mal was anderes als Commander spielen wollt oder euer Commander-Game ein bisschen upspacen wollt, schaut da mal rein. 2009, 2012 hatten wir eine Phase, in der Magic wirklich Probleme hatte. Es verließen immer mehr Spieler das Spiel und sie haben probiert, neue Produkte auf den Markt zu hauen. Damals gab es die allerersten, ich weiß gar nicht, ob sie auch Challenger-Decks hießen. Sie hießen auf jeden Fall, es waren auf jeden Fall stärkere Starter-Decks. Denn es gab damals sogenannte Starter-Decks, das waren, ich bin mir gerade nicht sicher, ob 60 oder 40 Karten waren. Ich meine, es wären 60 Karten gewesen. Und ein Booster dabei für, ich glaube, irgendwie 15 Euro, wo man halt ein Naya-Deck bekommen hat und ein ähnliches Deck mit okayen Starter-Sachen drin zum Spielen. Oftmals haben meine Freunde und ich einfach zwei oder drei oder vier Stück davon gekauft, die zusammengesmasht und hatten ein gutes Deck für ein Kitchen Table. Also den Küchentisch, da wo man früher Magic gespielt hat. Und da, wo man heute immer noch Magic spielen sollte, meiner Meinung nach. Wir hatten also seltsame Art von Starter-Produkten. Aber wir hatten Starter-Produkte. Wir haben das Problem, dass wir in Magic immer wieder neue Leute dazugewinnen müssen. Denn ja, es gibt Leute, die lange spielen, so wie ich. Aber das bringt erstens der Firma nichts und zweitens der Spieler schafft nichts. Denn so alte Hasen wie ich sind eine kleine Ausnahme. Wir sterben aus. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Wir sind die Ausnahme, was Langzeitspieler angeht. Es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, boah, ich spiele auch schon seit 93, 97, bla bla bla. Ja, willkommen, du bist die Ausnahme. Magic the Gathering lebt nur davon, dass neue Spieler dazukommen. Denn wenn keine neuen Spieler dazukommen, haben wir einfach das Problem, dass wir nicht mehr hinterherkommen mit den Leuten, die das Spiel verlassen. Gut, Wizard of the Coast hat noch einen anderen Ansatz. Denn wenn keine neuen Spieler ins Spiel kommen, werden weniger Produkte gekauft, weil Leute lieber auf sekundäre Markte und ähnliches wie Kartmarkten usw. gehen. Und naja, das ist schlecht fürs Spiel und schlecht für die Company. Und wir wissen alle, Hasbro geht es aktuell echt nicht gut. Und sie brauchen Wizard of the Coast. Dementsprechend versuchen sie halt gerade ganz weird alles Mögliche rauszuhauen. Ich mache oftmals Analogien mit Lego, lustigerweise. Und auch Lego hat genau dasselbe Problem aktuell und auch schon damals gehabt. Denn wir hatten damals das Problem bei Lego, dass die Firma, der Firma ging es nicht gut. Und sie haben gestrampelt und gestrampelt und versucht irgendwie noch irgendwo Produkte auf den Markt zu bringen, damit Leute endlich Zeug kaufen und haben dafür eigene Steine hergestellt für eigene Sets. Und das ist richtig in die Hose gegangen. Und am Ende war es Bionicle, die Slicer und so und so fort, die tatsächlich Lego gerettet haben. Und sowas sucht meiner Meinung nach Wizard of the Coast gerade auch. Denn natürlich die Zahlen von Wizard of the Coast, die Verkaufszahlen werden immer mehr, aber sie werden nicht mehr, weil es mehr Leute sind. Ich habe noch nie so viele Ebay-Listings gesehen von Leuten, die ihre komplette Sammlung verkaufen, wie aktuell. So viele Leute, mit denen ich rede, die sagen, yo, habe ich mir angeguckt. Ich habe keinen Einstieg gefunden. Ich habe keine Ahnung, was ich da gekauft habe. Ich habe so ein komisches Commander-Deck gekauft. Ich weiß nicht mal, was das ist. Dann habe ich das versucht, auf Arena zu spielen und habe gemerkt, irgendwie ist das auf Arena ganz anders. Dann habe ich irgendwie in den Local Game Store gehört, die haben irgendwas von Pionier gezählt. Ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich es einlassen. Und das passiert ganz, ganz häufig, dass ich so eine Story höre. Wir sehen es ja uns auch auf dem Discord von mir und von Robin, wo wir Podcast Radio Ravnica machen. Und bei mir in den Kommentaren, wie viele neue Leute auch dabei kommen und sagen, hey, Leggy, ich bin neu. Ich bin neu im Spiel. Ich fühle, wie du das sagst. Ich fühle, dass es keinen Einstieg gibt. Und Wizard of the Coast versteht hierbei nicht, wie ihre Kunden funktionieren. Das sind aber nicht nur die Anfänger. Das sind auch Leute wie ich, die länger dabei sind. Für mich zum Beispiel war Jumpstart grandios. Mega geiles Produkt. Habe ich geliebt. Warum? Jumpstart war für mich ein cooles Ding, wo ich einfach zwei Booster zusammengeschmissen habe. Die Booster waren teilweise bei drei Euro. Und da waren zwei Rares drin. Drei Euro. Und ich habe mir das Ding genommen. Zwei zusammengeschmissen gegen jemanden gespielt. Am liebsten Dominaria Remastered. Oder tatsächlich Herr der Ringe. Was die Bewandtnis hatte, dass Dominaria Remastered und Herr der Ringe beide Sets sehr, sehr viele günstige Multicolor Rares und Mythics hatten. Bei Jumpstart ist es so, dass ihr keine Rares und Mythics in Multicolor bekommt. Zumindest nicht von diesen beiden. Es gibt das Jumpstart 2022. Ich glaube, da gibt es irgendwie auch so ein Chromatic-Multiplayer-Multicolor-Set. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, in diesen beiden Sets gibt es das nicht. Da hat man eben nur Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Blau. Und aus diesen ganzen Farben hat man in Schwarz, in beiden Farben ist es Schwarz, nicht so viele Rares und Mythics. Wodurch, wenn ihr eine Mythic innerhalb eines Dominaria-Jumpstart-Displays zieht und die schwarz ist, ist die Chance 1 zu 3, glaube ich, dass ihr eine Shieldred zieht. Wir haben aktuell drei Jumpstart-Displays mittlerweile durchgeprügelt. Wir haben drei Shieldreds. Also ich habe drei Shieldreds. Deswegen habe ich noch keine vierte, weil ich habe noch zwei Displays. Das macht so viel Spaß, es einfach nur runterzuspielen, zu sagen, hey, lass mal eine Runde Magic spielen. Jumpstart. Gib ihm. Und das hätte man weiterführen müssen. Aber man hätte es den Leuten erklären müssen. Man hätte den Leuten erklären müssen, hey, da ist cooler Stuff drin. Und nicht einfach nur, ja, hier ist Jumpstart, da gibst du bitte Geld für Booster aus und dann gibst du einen Neuling, auch Booster, und dann mischt ihr zusammen und dann spielt ihr. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Jumpstart ist ein großartiges Produkt, wenn man es erklärt hätte. Und da zeigt sich wieder, Wizard of the Coast hat keine Ahnung, wie ihre Consumer, wie ihre Kunden funktionieren, wie ihre Fans funktionieren. Denn das ist nicht das erste Mal. Das zweite Mal ist zum Beispiel diese Minigames, die sie in die Setbooster reingemacht haben, damit man ein bisschen Booster-Fun haben kann mit dem Ganzen. Ich habe sie geliebt, weil man dann mit den Boostern mehr gemacht hat, als nur zu rippen und zu öffnen. Jemand, der einen Setbooster kauft, interessiert sich nicht dafür, dass man irgendwie damit was spielen kann. Das hätte im Draftbooster sein müssen. Warum war das im Setbooster? Also, ein paar davon konnte man auch nur mit Setbooster spielen, aber die Ideen hätte man ja anders weiterführen können. Warum so Minigames dann auf einmal in einem Setbooster auftauchen, was nur zum Rippen gedacht ist, zum Öffnen, zum Karten rausziehen, vier, fünf Rears bekommen, gib ihm. Das verstehe ich nicht. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es in den Playboostern auch schon gibt. Das Set, Murders of Call of Manor, released ja heute beim Release dieses Podcasts, Blackie Talks, was auch immer. Und deshalb habe ich noch keine Booster davon geöffnet. Also, keine neuen Playbooster. Ich will euch auch noch so einen Playbooster-Draft-Setbooster-Vergleich machen. Aber dort könnten diese Dinger auch drin sein. Dann da würde es Sinn machen, weil da kriegt man die Casual-Leute, die Leute, die mit ihrem Booster noch spielen wollen, das sind die Leute, die immer noch Draftbooster kaufen. Weil die wollen wir noch damit abholen. Warum war das in Setbooster? Das war einfach nicht... Also, ich verstehe es nicht. Hat bestimmte Bewandtnis, die Leute verdienen 20.000 Mal mehr Geld als ich und sind dafür eingestellt worden, das ist den ihr Job, die werden das wissen. Ich verstehe es nicht und ich bin das Ziel dieses Marketings. Spannend. Dann hatten wir Farbbooster. Über die rede ich gar nicht erst. Warum man Startern nicht einfach einen Starter-Booster-Set da noch hinsetzen kann. Diese Arena-Starter. Diese Starter-Decks, die sie immer mal wieder rausbringen. Ziemlich selten, aber immer mal wieder. Grandios. Aber da gibt es ja keinen Weg hin. Letztes Jahr hatten wir nicht mal Pionier-Challenger-Decks, wo man sagen könnte, hey, du hast dieses Starter-Deck hier gekauft, wo ganz viel Low-Kram drin ist, zu Herr der Ringe, weil du Herr der Ringe-Fan bist. Findest du cool? Ja? Okay, cool. Wie wäre es? Okay, Herr der Ringe ist ein scheiß Beispiel, weil es nur für Modern draußen ist. Erklär mal Leuten, dass das nur für Modern ist. Egal. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderer Blackie-Talk über Formate und wie großartig aktuell Formate sind. Wenn ihr den hören wollt, schreibt es mit den Kommentaren, Daumen nach oben und so. Dann sehe ich, dass sie da Interesse daran hat. Dankeschön. Wir haben Booster ohne Ende gehabt. Wir haben alles Mögliche probiert und wir haben so eine Findungsphase durch. Wir hatten diese Game-Nights, Boxen und so weiter und so fort. Und das erinnert mich so, so, so stark mit diesen verschiedenen Spielmodis einfach an 2009 beziehungsweise sogar an 2017. Das ist gar nicht so lange her. Und zwar zum ersten X-Aland-Set hatten wir ein Brettspiel-Magic. Also Magic hat ja schon ganz oft ihre Franchise weggegeben für irgendwie ein Produkt. Es gibt Ravnica irgendwas. Das ist so ein Werwolf-Verschnitt. Es gibt dieses Tabletop Duel of the Planeswalker oder so. Als Tabletop, da gibt es sogar zwei Erweiterungen zu. Das ist gar nicht mal so kacke. Und, 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 und. Es gibt Magic-Franchised-Sachen ohne Ende. Und es gibt Explorers of X-Aland. Explorers of X-Aland war ein dermaßen schlechtes Produkt. Das Spiel war gut. Das Spiel war gut. Und was sie damit versucht haben ist, also, wer es nicht kennt, das ist X-Aland, das allererste X-Aland, nicht das gute X-Aland, sondern das alte, schlechte X-Aland. Und man hat halt ein Magic-Duell gehabt und in der Mitte hat man so ein Brettspiel, wo man langsam die Map erkunden musste. Und wenn man die Map erkundet hatte, dann hatte man einfach Bonus bekommen, während man normales Magic-Multiplayer gespielt hat. Also genau wie jetzt Cluedo. What? Das ist gefloppt. Das ist hart gefloppt. Dieses Brettspiel steht, glaube ich, immer noch in den meisten Spielerläden. Wenn ich irgendwo mal ein günstiges kriege, so irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, aktuell werden sie so für 40 gehandelt, wenn ich sie mal für 30 kriege. Dann kaufe ich das mal und zeige euch das mal. Wenn irgendein Store da draußen das noch rumliegen hat und es mir für 30 verkaufen will, sagt Bescheid. E-Mail-Adresse kennt ihr, ist im Profil verlinkt. Ja, cool. Ansonsten, das Spiel kam raus und kostete, glaube ich, 70, 75 Euro für ein Brettspiel, für das man Magic können muss und ein Brettspiel draus spielen möchte, statt Commander. Das ist dieselbe Argumentation, warum jetzt in diesem Cluedo-Ding diese ultra-fancy, sehr-hübschen Schockländer drin sind. Sonst wird das doch keiner kaufen. Außer die Leute, die gleichzeitig Cluedo und Magic großartig finden oder noch nie Cluedo gespielt haben, aber nur Magic gespielt haben und dann sagen, boah, jetzt mal ein anderes... Aber das gibt's nicht. So, Leute, gibt's nicht. Wizard of the Coast versucht gerade, meiner Meinung nach, ganz viel, verschiedene Sachen, um verschiedene Leute zu targeten. Sieht man auch in den Secret Layer. Sie versuchen, verschiedene Franchises reinzuholen. Universe is beyond. Großartige Sache, meiner Meinung nach, weil es so viele Franchises mittlerweile reinholt. Am Anfang war ich ein bisschen dagegen. Mittlerweile muss ich sagen, es ist cool. Ich kann mich mit Leuten im Spielesladen unterhalten, mit denen ich vorher noch nie geredet hab. Also, außer als ich damals noch da gearbeitet hab. Da hab ich natürlich mit den Kunden geredet. Aber Leute, die zum Beispiel Warhammer spielen, jetzt kann ich mit denen über Magic reden, weil die sich diese Warhammer Magic Decks mal gekauft haben. Zack, Profit. Und bei denen verstoppt das Ding jetzt. Aber sie haben's und werden sich immer wieder dran erinnern. Leute, die durch Magic angefangen haben, Doctor Who zu gucken, gibt's wahrscheinlich mehr als Leute, die Doctor Who gucken und dann angefangen haben, Magic zu spielen. Aber die Leute, die beides feiern, für die freu ich mich, weil die haben jetzt was Geiles. Was diese Brettspielindustrie da drin soll, diese Game Modes, diese Versuchen, irgendwie da reinzudrücken, um Magic mehr als nur Magic werden zu lassen. Also, ich weiß nicht, ob die aus ihrer Geschichte nicht gelernt haben. An der Spitze von Magic sind ganz viele alte Männer mit weißen, grauen Haaren, die großartig sind. Ja, Mark Rosewater, klasse Typ, aber der muss das doch wissen. Wenn ich das weiß, ich hab das weder studiert, noch so viel an davon und ich leg vielleicht komplett falsch, aber das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich versuche, ein Produkt und passt auf, Magic ist ein großartiges Produkt, denn es ist das First TCG von ganz, ganz vielen Leuten. Was das bedeutet? Magic-Spieler haben selten ein anderes Training-Card-Game, was sie nebenbei spielen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Ich springe aktuell zwischen den Themen. Yu-Gi-Oh!-Spieler haben ganz oft ein Zweitformat, wo sie zum Beispiel mal Commander spielen oder One Piece oder Digimon oder irgendwas. Sie haben immer ein zweites Format, um mal von Yu-Gi-Oh! eine Pause zu nehmen und mal was anderes zu spielen. Magic-Spieler haben das nicht. Die Leute, die angefangen haben, Flash & Blood zum Beispiel zu spielen, sind dabei geblieben und dann kamen die nie wieder, weil Magic-Spieler kein zweites TCG wollen. Warum sollten sie dann ein Spiel wollen, das wie Magic ist, nur anders also wie ein anderes TCG. Magic-Spieler sind in dem Moment nicht so, also ich rede jetzt von der breiten Masse. Natürlich wird irgendwer in den Kommentaren schreiben, ich spiele alles, ich bin da, ich habe auch meinen Yu-Gi-Oh!-Deck, ich habe auch meinen Flash & Blood-Deck, ich habe meinen Pokémon-Deck, ich habe überall Judges drin, ich habe den One Piece, habe ich mir jetzt zwei Starter geholt. Klar, keine Frage. Aber ich spiele das nicht aktiv. Im Vergleich eben zu Magic, beziehungsweise ich kenne auch ganz, ganz wenig Magic-Spieler, die das machen, weil wir Magic-Spieler, wir hoppen dann mal zwischen Formaten, dann gucken wir uns mal Commander an, gucken wir uns mal Pionier an, dann gucken wir uns mal Legacy an und dann sind wir glücklich in unserem Leben. Wer kommt auf die Idee, dass wir jetzt dazu noch ein Brettspiel brauchen? Also ich hoffe niemand, aber tun sie. Sie kommen auf die Idee, sie denken, boah, die wollen bestimmt auch was anderes spielen. Macht doch lieber das gut, was ihr habt. Macht Starter-Decks für Standard, in den ihr einen Code reinsetzt und sagt, hey, dann bekommt ihr es auf Arena. Das ist, da schreien die Leute seit Wochen und Monaten nach und Wizard of the Coast sagt, la la la, ich kann euch nicht hören. Keine Ahnung, wo das Problem ist. Ob die Strategie von Wizard of the Coast eine völlig andere ist, was gut sein kann, weil es ist Wizard of the Coast und sie verraten uns eure Strategie natürlich nicht, das wäre dämlich, aber das, was sie gerade tun, ist noch viel, viel schlimmer. Es ist wirklich viel, viel, viel schlimmer, weil sie vergraulen Kunden. Sie zeigen einfach kein Interesse am Kunden und das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Wir haben das Problem, dass wir mit Wizard of the Coast eine Firma haben, die offensichtlicherweise eine Strategie fährt. Wizards könnte so viel Gutes machen, wenn sie so ein bisschen mehr Cross arbeiten würde. Man könnte, wie gesagt, Arena-Sachen supergeil implementieren. Man könnte super, super, super schöne Sachen machen. Keine Ahnung. Pioneer waren jetzt mal ein paar, paar, paar Monate und Wochen so ein Challenger-Decks. Jetzt hat man keine Ahnung mehr von Pioneer. Wurde gedodged. Es ist einfach, natürlich kann man das nicht für Modern machen oder für Legacy. Man kann nicht einfach einen Challenger-Deck Legacy machen oder Modern. Aber man kann doch Pioneer machen oder mal wieder ein Standard-Ding. Das letzte Standard-Ding hatten wir zu den Gruselsets. Und das sage ich nicht, weil es Innistrad war, sondern weil die Sets wirklich gruselig waren. Da hatten wir Standard-Decks zu. Das ist ein bisschen her. Und da muss ich sagen, das finde ich echt schade. Ich meckere ja manchmal auf den Fokus von Commander. Das ganz, ganz viel immer Commander und hier noch Commander-Decks und zu jedem Set müssen vier Commander-Decks rauskommen. Dann kommen noch Secret-Lair-Commander-Decks raus und übrigens, da kommen noch Special Editions, Universes Beyond, Doctor Who, Assassin's Creed oder sonst was für Commander-Decks noch raus. Also es kommen ja jetzt noch die von Fallout zum Beispiel, die Commander-Decks und dann muss ich halt sagen, ja, ich verstehe es. Das macht Sinn, weil, sind wir ehrlich, vermutlich spielen ungefähr 98% aller Magic-Spieler Commander. Das ist die Zukunft. Dazu habe ich mal einen Blackie Talk gemacht, wo ich drüber geredet habe, warum Commander die Zukunft von Magic ist. Warum versucht man jetzt etwas anderes wie Commander zu machen, wenn man Commander so hart fokussiert und alles andere ignoriert? Also ich könnte es verstehen, wenn man sagt, hey, Commander ist das beste Format überhaupt, weil da verdienen wir ganz viel Geld dran und ihr habt Spaß. Win-Win! Aber wir machen auch sowas für die Standard-Leute oder für sonst wen. Und wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, wir haben doch Modern Horizons 2 für die modernen Leute gemacht. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Kaum Modern-Spieler wollte Modern Horizons 2. Die Commander-Spieler wollten das, weil Commander, also, Entschuldigung, Modern Masters 1 ein sehr schönes Commander-Set war. War wirklich ein gutes Commander-Set. Zwei ist halt weird. Einfach weird. Und da muss ich sagen, das finde ich halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen schräg. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, vielen Dank für euren Support. Bitte könnt ihr, wenn ihr das bisher mögt, Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, mich abonnieren und, 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 und positiv bewerten. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, noch darüber hinaus, weil das unterstützt mich sehr mit Daumen nach oben und Abo und so weiter, dann könnt ihr auch sehr, sehr gerne mich bei Patreon unterstützen. Patreon bekommt ein neues Gesicht im Februar. Wir haben jetzt Talia und Talia Plus. Mit Talia Plus haben wir halt ein Format, wo noch ein bisschen, ein bisschen mehr gibt. Das ist so ein bisschen teurere Sache. Aber ich habe auch weiterhin den Fan-Level für irgendwie drei Euro oder so im Monat, was mir extrem hilft und manchen Leuten halt nicht wehtut. Wenn es euch wehtut, bitte, 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 fühlt euch nicht gezwungen dazu und macht lieber Daumen nach oben. Das hilft ebenfalls. Dann helft ihr mir. Das ist freundlich. Aber zurück zu den Problemen, die wir aktuell haben. Wizard of the Coast kennt ihre Spielerschaft nicht mehr. Abgesehen davon, wie gesagt, dass sie ihre eigenen Formate nicht mehr kennen. Das Pauper-Panel gibt es nicht umsonst. Ich verstehe nur nicht, warum es das nicht für Legacy, Modern und sonst was auch noch mittlerweile gibt. Das Commander-Komitee und so weiter. Dass man das outsourced, weil die haben keine Ahnung mehr davon. Und es ist nicht schlimm. Es ist kein Oh, du kennst dein Spiel nicht. Nein, das ist Quatsch. Die Designer kennen ihre Räume und umso weniger sie sich in dem alten Befangen fühlen, umso besser werden die neuen, guten Karten. Weil umso freier sind sie einfach in ihrem Geist. Und das ist schön. Aber dann müssen sie das auch einfach mal akknolechen und einfach mal ehrlich sind, dass sie es sein. Und das passiert bei Wizard of the Coast leider sehr selten. Ich erinnere nur an, wir benutzen keine KI-Werbung. Ja, haben sie doch gemacht. Aber am Ende des Tages haben wir die Möglichkeit, als Magic-Spieler ganz viele verschiedene Formate zu spielen. Ganz viele. So viele, dass Wizard of the Coast nicht mal alle auf ihrer Seite gelistet hat. Da sind so Sachen wie Oathbreaker drauf. Aber kein Arch Enemy. Haben sie vergessen, das Format. Vanguard, haben sie vergessen, das Format. Minigames ist ein Game-Mode. Haben sie vergessen. Wie kann denn eine Firma ihre eigenen Game-Modes vergessen? Weil sie zu viele machen. Sie sollten sich auf die Formate konzentrieren, die sie haben. Das sind Commander, das ist Legacy, das ist Win... Na gut, Vintage musst du nicht die Leute kontrollieren. Das ist Commander, das ist Legacy, das ist Modern, das ist Bioneer, das ist Standard. Das sind fünf Formate. Vielleicht noch diese Timeless-Arena-Sache. Keine Ahnung. Da bin ich nicht drin. Ist tut mir leid. Ich bin ein Karten-Boomer. Ich mag Paper-Karten. Aber am Ende des Tages sind wir dennoch an einem Punkt, an dem wir als Spieler immer wieder was anderes wollen. Das Wizards auch sagen und zeigen. Die Leute sind laut und es ist nicht die meckernde Menge, die sagt, hey, das ist alles Kacke und Preiserhöhung ist doof, weil teuer. Ja, Herrgott, wir leben in einer Welt, wo wir einfach Inflation haben wie sonst was und diese Firma muss halt auch irgendwie Geld verdienen. Ja, sie machen dieses Geld, was sie dann verdienen. Falsch, indem sie es den CEOs in den Hals reiben und nicht irgendwelchen Leuten, die sie dann beschäftigen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Grundsätzlich sagen wir Wizard of the Coast auch durch unser Kaufverhalten, was wir wollen und was nicht. Wir haben halt den Punkt, wir haben diese Remastered-Sets. Ein gutes Beispiel sind die Remastered-Sets. Wir haben das erste Remastered gehabt. Das wurde künstlich verknappt, war ein bisschen schade, war aber ein geiles Set, hat ein geiles Draft-Gefühl gegeben. Dann kam Dominaria Remastered. Es hat sich angefühlt wie ein Master-Set. Nicht Remastered. Ein Master-Set. Da hätte Commander Masters 3 draufstehen können und die Leute hätten es geglaubt und gekauft. Besser als Baldur's Gate. Das war ja auch kein Commander Masters. Commander Masters hätte das sein müssen. Dann wäre es gut gewesen. Weil die Karten, die da drin sind, sind Commander All-Stars. Ganz, ganz viele, die da gepusht wurden. Aber es wurde ein Dominaria Remastered-Draft-Set. Klar, es ist der Punkt, dass sie einfach coole Karten reingeworfen haben und gesagt haben, hey, vielleicht schreiben wir mal nicht Commander drauf. Die Spieler und Spielerinnen wollen einfach coole Karten haben. Die wollen nicht irgendwelche Game-Modes haben. Die wollen nicht irgendwie was drüber machen. Natürlich ist das cool, das mal zu sehen. Aber das macht jeder Spieler einmal. Und dafür 60 Euro für so einen Kluedo-Abklatsch zu bezahlen, das machen halt nicht viele. Das macht so einer hier, so wie ich, der darüber ein Video machen möchte. Aber sonst? Wozu? Warum? Und wer? Ich verstehe es nicht. Und es werden natürlich Leute das kaufen. Keine Frage. Aber es wird lang nicht genug sein, als dass sich das gelohnt hat. Und ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, das zeigt mir so ein bisschen das Lego-Problem. Und das ist es hierbei auch. Nur, dass wir halt keine alternativen Hersteller haben, die uns Medikarten drucken, Gott sei Dank. Aber das Problem für die Firma bleibt es gleich. Wir kommen nicht voran, wenn die Firma so weit entfernt von ihren Spielern und Spielerinnen ist, dass sie nicht mehr weiß, was ihre Kunden wollen. Und jetzt könnte man sagen, oh ja, aber die kriegen ja dadurch Neukunden. Ja. Ich kritisiere oft, dass das Ziel von Wizard aktuell nur Neukunden sind oder sehr viele Neukunden sind, weil die sagen, ja, die Bestandskunden, die kaufen das ja sowieso. Richtig? Sehr cooles Produkt. Guckt euch Commander Masters an. Guckt euch Baldur's Gate an. Guckt euch die Sets an, die floppen. Die floppen hart. Und die Leidtragenden sind nicht Wizard of the Coast. Das sind eure Local Game Stores. Die können maximal sagen, ja, das Prelease ließ nicht so gut oder der Verkauf lief auch nicht so gut. Dann sagt Wizard of the Coast, ja, da musst du mehr Werbung machen, das ist ein gutes Set. Und denkst dir so, nein, nein, Commander Masters war viel zu teuer und es war einfach Schrott teilweise für den Preis. Das geht nicht. Und Wizard sagt, ja, ja, okay, Entschuldigung, hier habt ihr ein nutzloses Secret Layer, was sich nicht verkauft für den Store. Ganz zu schweigen von 1000 Euro Proxys, die sie verkauft haben. Das, davon reden, fangen wir gar nicht erst an. Sondern, wir reden hier von den Problemen, die da sind. Wenn ihr mir widersprecht, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Sagt mir, dass ich völlig falsch liege mit meinen über 20 Jahren Erfahrung und lange, lange Zeit lang Arbeit in Local Game Stores und ich bin ja auch bei sehr vielen Events mit Vlogs. Übrigens, kommen demnächst wieder mehr Vlogs. Ich mache ja auch extrem viele Vlogs in der Zeit. Ich habe ja einen ganzen, ich glaube, ich habe mir 15 Vlogs oder so um den Dreh rum. Und ja, der Battle Bear kommt jetzt auch demnächst und vielleicht kommt in einem Monat schon das nächste Event, wo ich ihn fahren darf und vloggen darf. Und ja, das wird cool. Auf jeden Fall, wir haben das Problem, dass wir nicht wirklich unser Problem ist damit, dass die Firma, die uns eben mit unseren Produkten beliefert, keine Ahnung hat, was wir wollen. Und das ist wie eine Mutter, die nicht weiß, was ihr Kind essen will. Ganz einfach gesagt. Und das ist grausam. Das ist richtig grausam. Das ist so grausam, wie es klingt. Wizard of the Coast versucht irgendwelche Minigames, irgendwelche anderen Spielarten. Ich liebe das. Ich persönlich liebe das. Ja? Aber ich bin halt auch kein Commander-Spieler. Noch mit reinzudrücken. Während sie halt Commander melken wie eine Kuh. Ja? Und zwar nicht die, die draußen auf der Weide sitzt, sondern die, die drinnen im Stall angestellt steht und nur noch am Melken ist. Ja? Und sie versuchen das mit anderen Formaten halt genauso. Merken, okay, das sind halt irgendwelche, keine Ahnung, das sind keine Milchkühe, das sind Bullen. Die treten aus, das ist schlecht. Dann machen wir es wieder bei Commander. Und dann versuchen sie halt jetzt irgendwie haufenweise andere Sachen. Sie versuchen so viel gerade. Die ganzen Foilings, die sie probiert haben, die Serialized-Karten, die sie jetzt probiert haben, die verschiedenen Farben, die sie probiert haben, mit den Neon-Inks und so weiter. Und jedes Mal sage ich dasselbe. Sie übertreiben es jedes Mal hart. Wir müssen das nicht in jedem Set haben. Wir müssen das nicht bis zum Erbrechen haben. Wenn wir 20.000 Serialized-Karten haben, mal 500, mal 500, dann juckt uns die auch nicht mehr. Dann ist das mal ganz nütz, so was aufzumachen, aber dann kommen eben Serialized-Karten für 30 Euro, 40 Euro. Es ist einfach so, das wollt ihr? Hier habt ihr ganz viel davon. Nein! Und dann probieren sie halt wieder das Nächste. Sobald wir dann sagen, ja, vielleicht das Foiling war ein bisschen viel, ja, hier, nochmal Serialized-Karten. Das mochtet ihr doch. So lange, bis wir sagen, nö, möchten wir nicht. Und da geht's mit den Game-Modes, mit den verschiedenen Sachen, mit den Möglichkeiten, wie sie was machen, mit Plane-Chase, das sie ja jetzt beigefügt haben wieder. Beim ersten Plane-Chase war's noch so, oh, Plane-Chase wieder da. Alle total, oh, Plane-Chase voll cool. Dann Dr. Who, hm, ah, hm, ah. Mach mal nochmal Plane-Chase rein. Oh, mach mal nochmal Plane-Chase rein. Hm, Plane-Chase. Mach mal nochmal Plane-Chase rein. Warum? Es ist wirklich, wirklich schwierig, wenn die Firma, die das vertreibt, so disconnected ist von den Leuten, die das kaufen wollen. Wie gesagt, die Firma fährt Millionen Gewinne ein. Milliarden, Billiarden, wenn es sein muss. Ja, ich kenne die genaue Zahl gerade nicht. aber genug, um ihren CEOs echt viel Geld zu besachen und da wirklich, wirklich, wirklich gute Abfindungen für zu bezahlen. Äh, nicht Abfindungen, äh, Bonusse. Aber sie machen das auf Short-Term-Basis. Gerade machen sie es wie beim Schwamm, sondern pressen ganz schnell aus. Und das ist nicht gut. Deswegen brauchen sie neue Spieler. So schließt sich halt der Kreis. Deswegen sind Bestandskunden nicht wichtig, weil die kann man nicht lange noch pressen. Die sind irgendwann leer. Und ich für meinen Teil bin da schon sehr, sehr lange leer. Ich feiere neue Produkte. Ich mag auch die Game-Modes. Also versteht das bitte nicht als Ramping gegen Game-Modes. Ich hab mir, wie gesagt, das Cloedo-Ding gekauft, weil ich's cool finde. Aber wie gesagt, ich spiele auch zum Beispiel keinen Commander. Und ich spiele auch verschiedene andere Kartenspiele und Brettspiele und so weiter und so fort, weil es mein Job teilweise war. Früher, als ich noch im Local Game Store gearbeitet hab. Es ist eine Seltenheit, und nicht selten verschätzen wir uns damit ganz, ganz hart, wenn wir denken, ah ja, vielleicht, ja, es ist nicht meins, aber vielleicht finden wir jemanden, der es mag. Das sind Ressourcen, die verschwendet werden. Das sind Minuszahlen, die wieder eingefangen werden müssen. Und das sind Minuszahlen, die damals bei X-Alan schon da waren. Das sind Minuszahlen, die 2009 schon da waren. und davor mit Vanguard. Und da muss man sagen, das weiß Wizards. Warum machen sie das wieder? Also, man kann natürlich immer mal wieder probieren, ob es jetzt vielleicht funktioniert, in die Brettspielindustrie einzusteigen. Natürlich kann man das versuchen. Aber nicht mit der Kundschaft, die man hat. Und, wie gesagt, es mag meine eigene Meinung sein, die ich in einer Bubble bin, die super weird ist und überhaupt nicht den Mehrheit widerspricht. Es kann natürlich sein, dass es einfach nur in Deutschland so ist und die Amis da komplett drauf abfahren. Keine Ahnung. Ich wollte jetzt fast gesagt, ich bin einfach nur ein Typ, der das in die Kamera redet, aber das sagen meistens die Leute, die ich absolut tiefer abscheue. Dementsprechend, ja, ich versuche einfach nur mit Fakten, mit Sachen, mit Geschichtssachen, mit Geschichtsanalysen, wie es bisher war, meiner Wahrnehmung und dem, was ich mag, was ich nicht mag, euch so ein bisschen auch das preiszugeben und mit euch ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Wie gesagt, in den Kommentaren könnt ihr gerne was dazu sagen. Mehr habe ich dann auch nicht mehr als die Aussage, Wizard of the Coast ist zu weit weg von ihren Kunden und sie hören zu wenig auf ihre Kunden und zu viel auf irgendwelche Verkaufszahlen, die nicht langfristig gedacht sind, sondern sehr, sehr kurzfristig und es macht mir wirklich Sorgen um das Spiel, das ich so sehr liebe. Wie gesagt, Commander ist die Zukunft. Commander ist das Format schlechthin. Ich werde trotzdem für Legacy die Fahne oben halten, aber Commander ist die Zukunft und das melken sie schon mehr als sie können. Irgendwann sind alle anderen dran und wenn die nicht mehr können, eben neue Kunden. So wird es sein, so war es schon bei anderen Firmen, so ist es, wie gesagt, gerade zum Beispiel bei Lego und ähnliches und da haben wir nur eine Wahl und da müssen wir uns mit abfinden, dass das so auf uns zukommt, weil wir so antrainiert werden. Ist leider so. Abgesehen davon, dass halt ein Neuansteiger überhaupt keine Ahnung hat, wie er Magic spielen soll, Hauptsache er gibt Geld aus. Das ist ja das Wichtige, es muss verwirrend sein, damit der Kunde nicht weiß, was er kauft, damit er möglichst viel kauft und sagt, boah, 400 Euro, um in das Hobby einzusteigen, das ist ja gar nicht so teuer. Richtig, für Warhammer, für Magic oder für ein Kartenspiel ist das teuer. Dafür kann ich mir eine komplett Collection Yu-Gi-Oh fast kaufen. In Magic kriegst du einen Booster mit Proxys, nicht mal einen Booster mit Proxys dafür. Es ist einfach aktuell sehr, sehr schwierig mit dieser Company irgendwie als Kunde zu gehen. Und da rede ich, wie gesagt, nicht als Influencer oder als Content-Kreatur oder sonst was. Ich habe, wie gesagt, ein anderes Verhältnis zu Wizards als viele Leute, die nur Kunden sind, für die das halt eine ganz weite Ivory-Tower-Geschichte ist. Ich bin einfach nur ein Spieler in dem Moment, der diese Spielermeinung vertritt und nicht irgendwie ein Content-Kreatur oder ein Influencer oder jemand, der sagt, öh, anstacheln, voll schlecht. Nein, Wizard of the Coast hat ihre Gründe, und wie gesagt, sie verdienen wesentlich mehr als ich und vielleicht haben die auch eine bessere Strategie als ich oder sie besuchen dieselbe Business School wie die Leute von Lego. Keine Ahnung. So oder so, wenn ihr eine Meinung habt, ab in die Kommentare mit, wenn ihr euch das Video gefallen hat und wenn euch der Podcast gefallen hat oder der Blacktalk, Daumen nach oben dalassen oder bewerten oder was auch mehr das bei Spotify, ich habe keine Ahnung und dann hoffe ich auf eine regere Kommunikation unten in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Abwechseht. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.